Oh, der Römer lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider, waren wir hier nicht schon? Ja Wieso hat das da unten gespeichert? Haben wir nicht da oben gespeichert? Hä, okay Gut, ja, wir sind immer noch in dieser komischen Höhle Nach dem Feuerritual, wir könnten nichts enchanten Wir haben volle Pfeile, ne? Ja, okay Endlich wieder volle Pfeile, kann ich das? Ja, das kann ich Aufdrehen Das heißt, wir brauchen Feuerpfeile Schießen Dadurch geht das Dort runter, okay, jetzt müssen wir, glaube ich, das da unten abschießen Oder auch nicht, okay, mal sehen, was wir machen müssen Wir müssen hier vielleicht lang Achso, ja, einfach drauf gehen Und von hier aus hier hochklettern, alles klar, okay Ja, das macht Sinn, das macht sehr Sinn Okay Ich hatte den Gestank vergessen Es ist still Ich glaube nicht, dass sie da unten ist Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein Durchsuchen wir die Grube Hey, was ist da unten los? Oh, hey Messiah schickt uns Wir sind auf seinem Befehl hier Einige Vollstrecke haben es gesagt Er, ähm, war es nicht persönlich Er will einen der Gefangenen Den neuen, der gerade gebracht wurde In Ordnung, gehen wir Und dann bringen wir ihn zu Nikolai Gemeinsam Ja, sicher, sicher Okay, der geht weg Den hier könnten wir Ah, verdammt, den hätten wir abknallen können Ich gehe mal kurz hier hin Genau Jetzt kann ich den hinter den doch abknallen Also den hier hinten Glaube ich Okay, Moment Nein, eins Es laggt Es laggt Oi, oi, oi WTF Was sind das denn jetzt für lags? Holy shit Ich treff nicht Shit Was war das denn? In dem Moment, in dem ich In dem ich den abknallen wollte Hat er Hat es einfach mega gelegt Ihr habt es gesehen Es hat mega gelegt Jetzt kommt der da hinten wieder an Marge juckt Jetzt warte ich einfach Oh, warte Dadurch, dass er noch gebrannt hat Ist es einfach nochmal explodiert Ja, GG Okay, das ist cool Das ist sehr cool Wir gucken erst mal was hier unten Oben ist eine Pflanze Okay, dann nehmen wir die Pflanze kurz mit Und eine Kletterwand Okay, die nehme ich auch gern Hups, zack Alles klar Es laggt ja gerade mega Alter, heute ist ein schlechter Tag Zum Aufnehmen, wie es aussieht Das ist bad Das ist sehr, sehr bad Tut mir leid, ey Tut mir echt leid Liegt daran, dass ich vielleicht noch Liegt vielleicht daran, dass ich im Hintergrund noch LOL offen hab Aber das muss auch sein, weil es gerade ein bisschen patcht Oh, hier sind ganz viele Ich weiß nicht, ob ich die mit dem Gas killen kann Das ist das Problem Jetzt kann ich den ausschalten Fuck Mann, ich wollte eins drücken Ich will nicht zoomen Danke Er brennt, er brennt Okay, jetzt haben wir glaube ich alle besiegt Ja, okay Gut, sie haben es doch bemerkt, dass ich den hier vorne abgeschossen hab Aber nur weil er überlebt hat Warum hat er überlebt? Das finde ich jetzt nicht so cool Eindeutig finde ich das nicht cool Kann ich dich? Nein, ich kann dich nicht mehr retten Schade Ähm Okay, alles klar Da oben sind auch Pfeile, aber ich glaube wir sind voll mit Pfeilen Ja, sind wir Da können wir glaube ich nicht durch Ne, sieht nicht so aus Aber wir können das Gas hier aufdrehen Wodurch wir glaube ich Dann den Boden wegsprengen Ja, ich sollte vielleicht nicht die Ja Das war Das war schlau Hier ist noch was Okay, da ist einmal Geocache Und ein bisschen Weiß ich nicht Können den Feuerkorb Was ist mit dem Feuerkorb Oder was ist mit dem Korb da oben Achso, warte mal Ah, okay Und jetzt Boom Sehr geil Das ist cool Das ist sehr cool Oh shit Oh shit Lauf Lara Lauf, 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 lauf Der explodiert alles Nein Oh Gott Nicht schon wieder Mega lag Okay Oh, lauf schnell Weiter Lara Oh Gott 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 Shit Shit Ich wollte nicht Ich wollte nicht schießen Ich wollte nicht schießen Okay Alles fresh Alles fresh Wir sind nicht gestorben Ich wollte nicht schießen Krass Lara Wie zum Teufel kommst du hier rein Ich hatte ein bisschen Hilfe Grimm Ja Er hat es nicht geschafft Scheiße Man, ich dachte immer Den könnte nichts umbringen Er hat sich geopfert Damit ich es hier herschaffen konnte Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg Wir halten Sam allein fest Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen Wir werden ihn finden Und Sam auch Aber von hier oben sind wir machtlos Irgendwie kriege ich euch da schon raus Ja Ich glaube Whitman ist Ich glaube Whitman ist der Typ Über den die Anderen eben gelabert haben Den den Matthias Pater Matthias Haben will Den kann ich ausnehmen Okay So geht das Gas Ne Ich weiß ich hätte gerade die Pfeile nehmen können Aber egal Okay Das abschießen Oder auch nicht Doch das abschießen ist richtig Aber das fliegt halt in die falsche Richtung Ah okay Moment Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Da oben ist noch eins Heißt ich muss schnell schießen Einmal so und so Bats Boah ist das cool Das ist so cool gemacht Oh Gott Oh Gott Oh Gott Kann ich wieder hoch? Oh Gott Ach da Da lang Okay Okay Oh Gott Oh Gott Oh Gott Was war Darüber Andererseits Oh Gott Was muss ich machen? Okay Moment Was gibt's hier? Da Ich muss Ah Komme ich da rüber? Ich hab irgendwie nicht das Gefühl Dass ich da rüber komme Nee Irgendwie Oder? Wie komme ich da rüber? Wie komme ich da überhaupt irgendwie rüber? Soll ich springen? Soll ich springen? Ich springe Okay ich komme rüber Ja okay Ja alles klar Ist okay Ich gebe mir Mühe Hat geklappt Okay Wie mache ich das? Kann ich da einfach ranspringen? Ja kann ich Okay Kann ich Kann ich Kann ich Alles klar Und dort rüber Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Lara Ey du bist schon Hä Lara ist ne Krasse Frau ey Dass die da Ey ne Dass die so viel mitmacht Dass die so viel Kraft hat Das alles mitzumachen Ich hab das Gefühl Mein Rechner schaltet sich gleich ab Weil der grad so Über Lastet ist Alter Vater Wo muss ich lang Wo muss ich lang Hier lang Hier lang Alles klar Ah Komm Aufbrechen Lara Nice Okay Und hier brennt auch Alles Heilige Kacke Aber ich liebe gerade Diese Feuerpfeile Ich weiß nicht warum Diese Feuerpfeile sind ja Abgöttisch geil Okay Die sind alle tot Wo muss ich lang Dann Definitiv nicht Ne Vielleicht untersuche ich jetzt nicht mehr Davon habe ich keine Zeit Okay Die sind auch besiegt Oh Gott Aus Aus Entlang Schnell 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 Dort Hof Hof Dort Hof Ja Das ist ne Wand zum Klettern Alles klar Komm Lara Spring Da drüber Okay Nice Und Darüber Der brennt Alles klar Und hoch Okay nice Ja GG Alter Ich hab schon ne Idee Wie ich diesen Part nennen werde Ich hab schon mal ein Video so genannt Ich weiß nicht welches Let's Play das war War das sogar auch Tom Brady Ich weiß es nicht Ich muss mal nachgucken Ich muss definitiv mal nachgucken Oder welches Spiel könnte das gewesen sein Irgendeins Hab ich glaube ich so genannt So Explosion Und so Ich weiß es nicht Dieses Spiel nochmal in 60 FPS Wirklich in 60 FPS zu spielen Wäre so abgöttisch geil Okay Okay Da lang gehen Oh Einmal rum Wer hat das Achso Oh Gott Ich werd abgeballt Was Die ballern mich trotzdem noch ab Haben die nicht irgendwie was eigenes zu tun Da ist ne Granate Ich brenne Ich weiß Alles klar Okay Ich geh einfach weiter Oh Gott Ähm Wie komm ich hier Oh muss ich da rüberspringen Ja muss ich Oh Gott Lara Alter Vater Dass die das einfach mitmacht Dass ich diese ganze Kraft in den Arm und so auch aufwenden kann Um da überhaupt So viel herum zu jumpen Sich festzuhalten Hochzuziehen Whatever Alter Das ist so krass Das ist so heftig Ja Wait a minute Lara Nee Was Sie ja auch Ich meine Sind Sie okay Was war los Sie sehen mich nicht als bedrohung Deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen Wussten Sie dass die anderen festgehalten werden Ja Sam ist da drin Aber ich kann Sie nicht befreien ohne Wappel Diese Solari Sind ein anthropologisches Wunder Das sind irre Mörder Dr. Wittman Wir müssen unsere Leute da rausholen Natürlich Klar Ich Ich Was ist mit ihm denn los Warum kann er sich frei bewegen Ich glaube du verstehst mich Du wurdest auserwählt Samantha Das ist eine große Geschichte Für uns alle Manche haben schon geglaubt Wir finden dich Und jetzt bist du Bitte Ich weiß Sie denken ich bin was besonderes Das bin ich nicht Und ich will nicht auserwählt sein Es geht nicht darum was du willst Sondern darum was du willst Hemikus Blut fließt durch deine Haare Ich denke du weißt das Sie sind irre Matthias Warum tun sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft Aber da ist keine Denselben Fehler habe ich auch begangen Ich dachte uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen Ich will einfach nach Hause So wie ich Seit Jahren habe ich auch das hier gefragt und mein Leben gegeben Denk nicht ich hätte nicht versucht von hier weg zu kommen Von diesem Ort Wir alle sind gefangen Aber du Samantha Du hast die Macht uns zu befreien Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben Die Brände werden schlimmer Das andere Mädchen ist weg Das muss ein Ende haben Dimitri Bewache sie mit deinem Leben Lara Oh mein Gott du bist hier Ich war hier schon kurz Alles klar Alles wird gut Meine Waffe Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los bevor er zurückkommt Whitman Whitman Unserein ist hier Wir kommen Whitman hängt da jetzt auch irgendwie in der Sache mit drin glaube ich Oder auch nicht Oh nice Ich glaube wir sind kurz vor dem Ende Los Let's Plays oder? Shit Lauf weiter Sam Ich komm von irgendwie raus Ja brennt okay Der Typ dürfte auch brennen Ja Ich weiß nicht ob ich den getroffen hab Zünd ihn an In den Nahkampf Einfach in den Nahkampf gehen Scheiße da ist ja noch einer Lass ich den nicht Kilt Mh Ist ja immer noch nicht tot Aber der brennt oder? Ich glaube der brennt Oder auch nicht Der brennt Alles klar Da hab ich noch einen gesehen Hier ist noch einer Okay Einfach nah rangehen Und Schrotflinte nehmen Alter Dann ist alles fresh glaube ich Ohne Scheiße Der hab ich ja gerade nicht weggefetzt Holy shit Komm Geh weg Du auch Nein Alter wie soll ich das denn machen Der Part ist aber auch eigentlich zu Ende Scheiß die Wand an Ich glaube ich muss in den Nahkampf gehen Ich glaube ich muss komplett in den Nahkampf gehen jetzt Und auch nicht Okay ich muss komplett weg gehen Heilige Scheiße Was ist das denn? Ich hab ja keinen Schutz oder so Holy shit Der ist besiegt Komm schon Der auch Okay alles klar Nichts wie raus Ja alles klar Wo muss ich lang Da muss ich lang Okay gut Alles klar Ai 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 Bitte lass dir jetzt irgendwie ein Lagerfeuer sein Komm schon Ich will irgendwie speichern können Irgendwie Seid halt noch mehr Ja hab ich nicht echt getroffen oder? Doch hab ich Ja geh geh Komm schon Munition Ja Munition Schöne Sache Schöne Sache Munition Ganz viel Munition Okay den hab ich Den hab ich glaube ich auch Ja Sieht so aus Das ist ne Schrotflente Du solltest nach einem Schuss weg sein Ich kann hier nicht ausweichen Ich kann hier nicht ausweichen Nein ich wollte F drücken Okay 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 alles klar Hat funktioniert Irgendwie Leck mich Arsch ey Naja das wird ein extra langer Part Leute Wenn ich nicht bald mal ein Lagerfeuer finde Bitte lasst mich ein Feuer finden Ich will diesen Part bänden Ich hab Angst dass der ganze Rechner ab Fuck Fuck Okay Okay Wir sollen nicht jeder wegkommen Was ist denn mit dem los Mach mal so Mach mal ein bisschen halblang du Ich soll eh drücken Ja ich sollte eh drücken Alter was ist denn mit ihm Was Ach du Kacke Das war's mit dem Versteckspiel Ja bist du völlig Wer ist das Okay ich hab ihn Mittlere Maust ist was Okay Alter Kann ich jetzt bitte ein Lagerfeuer finden Oh lol Nice Wir haben jetzt einen Granatwerfer Ist ja cool So finden wir jetzt hier bitte Irgendwie Wo muss ich jetzt lang gehen Hier komm ich nicht mehr lang Achso mittlere Maustaste Um das zu öffnen Hurenkinder Ich konnte nichts machen Diese verdammten Lags Heilige Scheiße Ist ja okay es wird wie es aussieht Zweiteil apart Leute Ja gg Ja gg Hat irgendwer Okay Ja ich sollte nämlich eigentlich meine Mom noch abholen Ich wird laufen Lauft weg Ich bin schräffig Komm schon Du auch Komm raus Da ist ja noch einer Der ist jetzt auch endlich mal besiegt Munition Munition Was Warte mal Erstmal das Nachladen Nachladen Hab ich nicht mehr Nachladen Granaten aufgenommen Okay Sehr gut Sehr gut Das Okay Wir haben das Lagerfeuer Leute Wir beenden jetzt hier doch den Part Habt einen etwas längeren Part Nachdem ich hier den Fähigkeitenpunkt investiert hab Heilige Scheiße Ich hab echt Tschüss Ist mein Rechner gleich abkackt Deswegen Äh Steine ins Gesicht Was ist das Rechen sie gleich gepanzerten Feinden aus Und attackieren sie im Nahkampf Auf der Stelle töten Oh das ist Das klingt geil Meistern Umschalt F Ja Das Hab ich auch schon Mitbekommen Aber ich hab's noch nicht wirklich angewendet So Das können wir noch Upgraden Schrotflinte Gepolsterter Angriff Stabilisieren Keinen Rückstoß Brauch ich nicht unbedingt Ist jetzt nicht so Brauch ich nicht unbedingt Schuss Oh Schissfrequenz erhöhen Ist gar nicht mal so Schlecht Das Gas beim Feuern Verringert Rückstoßverringerung Erleichter Dadurch den Schaden erhöht Okay Erhöhter Schaden Das klingt nicht schlecht Was haben wir hier noch Salvenmodus Mittlere Maustaste gedrückt Um Ja 3 Schuss Ah Brauch ich jetzt nicht unbedingt Ich glaube ich mach hier den Schaden erhöhen Äh Oder Schussfrequenz Ja ich mach mal den Schaden Super Oh Mann Okay Haben wir vielleicht noch Ich hab Bevor ging das Mikrofon genießt Wie es aussieht Oder bevor ging das Mikrofon Gekommen beim Niesen Wir beenden jetzt hier den Part Leute Wir sehen uns bei Das Nächste Mal wieder Haut Na rein Na Boa tonnes Ja Schwa